Zuerst müssen wir die Drachensteine sauber machen. Zuerst müssen wir die Drachensteine sauber machen. Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Teil vom Aquarium einrichten. Hier seht ihr das Aquarium, das haben Papa und ich schon zusammen sauber gemacht. Und wir haben uns die schwarze Folie gekauft und sie dran gemacht. Was kommt als erstes? Der Kies. Immer zwei Sorten von Kies. Was machen wir denn damit? Wir machen erstmal die erste Schicht normalen Kies drauf. Hier hinten höher. Und dann machen wir den anderen schönen Kies als Verzierung oben drauf. Musik 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 So, die erste Schicht Kies ist fertig und jetzt räumen wir das weiter ein. Der Baum ist noch nicht richtig fertig. Der Baum ist noch nicht richtig fertig. Mein Papa tut da später noch Pflanzen dran. Ja. Die hier gerade nicht sind. Da werden dann Buzza Phalandra und Anubias drauf gebunden. Aufsitzer Pflanzen. Und warum nehmen wir das Teil? Weil es schön aussieht. Und weil wir das ganz schnell wieder komplett rausnehmen können, wenn wir mal einen Fisch fangen müssen. Musik 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 das kleben wir wieder dran jetzt schütten wir das wasser rein weil das weil die gießkanne für mich zu schwer ist tut mein papa das und wir haben das tuch reingetan dass der kies nicht so aufgewühlt wird ja 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 adapter ja 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 So, das Aquarium ist fertig eingerichtet. Natürlich gibt es noch einen dritten Teil, weil da sind ja noch keine Fische drin. Muss erstmal einlaufen, ne? Ja.